Hallöchen Leute, heute geht es um das Buch Schwarzer Mond über Soho. Das ist der zweite Band, der erste Band ist Die Flüsse von London. Wenn ihr diese Rezension noch nicht gesehen habt und sie noch sehen wollt, könnt ihr einfach aufs Buch klicken und sonst gibt es am Schluss der Rezension eine Verlinkung, da könnt ihr auch noch einfach draufklicken. Gut, in diesem Buch treffen wir wieder auf Peter Grant, den Zauber-Magier-Lehrling, der die guten Londoner vor allen Arten magischen Getieres und weiß nicht, was schützt. Dieses Mal treffen wir auf Jazz-Vampire. Man weiß nicht, warum plötzlich Chesser sterben, nachdem sie einen Auftritt haben. Und es geht um eine Frau, die nach solchen Angaben Zähne in ihrer Vagina hat. Ja, und da fängt es schon an, was mir nicht so gefallen hat, nämlich, dass das Thema Sex ein bisschen krass thematisiert wurde. Das war ziemlich speziell, weil er hebt das Ganze so hervor und vor allem, ja, er, der Peter Grant hüpft auch mit der Bestnächsten ins Bett mit einer Zeugin, was ich ziemlich komisch fand, weil es war einfach ein bisschen absurd. Ich fand da das feine Gefühl, hat der gute Autor ein bisschen verloren. Ja, schlussendlich war es aber doch ein spannender Roman, also besser gesagt ein Fantasy-Krimi ist es ja sozusagen. Am Schluss voran wird es wirklich spannend und auch noch rührend. Also ich muss schon sagen, zum Schluss hat er es nochmal gut hingekriegt, nochmal knapp an der Misere vorbei, muss ich sagen. Und am Anfang, ja, über den Anfang reden wir am besten einfach gar nicht. Ich kann das Buch den Leuten empfehlen, die vielleicht schon den ersten Band super fanden. Die Leute, die den ersten Band vielleicht nicht so gut fanden, sollten den zweiten vielleicht nicht unbedingt lesen, weil es gibt echt Besseres als den zweiten Band, ehrlich gesagt. Und was ich dann auch noch anmerken wollte, was ich in der ersten Ration vergessen habe, dieses Buch ist echt nichts für 12-Jährige, 13-Jährige. Ich würde es so ab 16 empfehlen, weil es wird sehr herb gesprochen und es ist wirklich schwarzer Humor. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Ich würde noch gerne wissen, wenn ihr das Buch gelesen habt, dann schreibt mir doch einfach unten rein, wie ihr es fandet. Das war es von mir, ich bin hier weg. Das war es von mir.